Oh, da sind wir wieder zurück zu Fallout. Wir wollten hier mit ihm sprechen. Okay, kommen wir zur Sache. Ich bin froh, dass du mir helfen willst, im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Piper ist voll genervt. Äh, ja. Ich helfe gerne. Okay. Also, Travis muss an sich glauben, ja? Daran glauben, dass mehr in ihm steckt. Weißt du, was das super funktioniert? Eine Kneipenschlägerei. Warst du schon mal bei einer dabei? Ich bin der höchste krasse Schläger. Noch keinem begegnet, den ich nicht hätte umhauen können. Bestimmt immer nur zur Selbstverteidigung. Also, ausgezeichnet. Denn du wirst Travis helfen, seinen ersten Kampf zu gewinnen. Du bewegst deinen Mund gar nicht, Wadim. Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Jawohl. Klingt das gut? Ja, 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 ja. Ich bin dabei. Wann fangen wir an? Warum nicht so schnell wie möglich? Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann, sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout-Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzeher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Ganz einfach. Oder? Ich habe alles für sechs Uhr vorbereitet. Dann sollte Travis hier sein. Wenn du noch kommst, wird alles bestens laufen. Versprochen. Okay, gut, Wladimir Wadim. Wo ist... Ihr habt gemeint, hier ist irgendwo eine 50er-Wumme. Zack. Stinkbeck genommen. Jet, unsere Lieblingsdroge, Droge Kleber. Läuft doch bei uns. War das jetzt schlimm? Ne, sehr gut. Da liest ihr irgendwas. Eine 50er habt ihr mir gesagt. Wo ist diese 50er? Direkt vorne am Tresen. Da ist Nuka-Cola-Quantum. Ich zeig dir was. Ich zeig dir was. Aha. Ich weiß nicht, wer die sind. Aber die sind total cool. Die sind total knorkel. Was sagst du dazu eigentlich zu dem Kampf? Ja, moin. Ich brauche kein Zimmer. Ähm, ähm, komm. Wie ist es so hier in dem Laden? Da gibt es nicht viel zu sagen. Okay, bla bla bla. Es gibt nicht viel zu sagen. Ist in Ordnung. Nein, kein Interesse. Dann einen schönen Tag. So, also, sollen wir jetzt die Mission direkt machen? Eigentlich wollten wir ja Folgendes angehen. Und zwar, ähm, hoppala. Ach, die ganze Zeit PUBG gespielt und jetzt, äh, drücke ich hier auf F, um Türen zu öffnen. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Was, ja, welche, weiß ich. Ah ja, genau. Die Road, äh, wir sollen die, ich soll die, ich weiß noch nicht, wie sie, die Railroad soll ich mal machen und anfragen und bei denen Mitglied werden. Ziemlich coole Leute. Dafür müssen wir diesen Freedom Trail abspazieren. Ähm, ich glaube, das machen wir jetzt einfach, oder? Ich muss nur kurz gucken, wo, wo der Weg, äh, Weg, äh, Weg zur Freiheit, da haben wir es. Was ist das hier? Ne, geht der Funknachricht nach? Ähm, wie, wo ist denn der Scheiß? Ist das hier oben? Ich weiß nicht genau, wo, wo dieser Weg zur Freiheit ist. Gut, dann machen wir eben diese Funknachricht. So. Sorry, dass es jetzt nicht direkt geht. Ich denke, wir haben zu viele Quests am Start. Ich gucke einfach, dass ich das dann so, sobald wie möglich mache. Wir müssten halt auch unsere Quests einfach mal abarbeiten. Und ich denke, wenn wir jetzt hier hochgehen, dann, oder da hingehen, dann, äh, machen wir immerhin irgendwas. Aber keine Sorge, der Railroad treten wir auch bald bei. Ja. Ich kann es selbst kaum glauben, dass ich noch was aufnehme, GeForce, falls du das hier siehst. Hello, hello. Wir haben nämlich bis eben gespielt, bis morgens. Am, 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 Kappi-Zocken für leckere Aufnahmeschfetzen. Und hatten sogar einen Chicken Dinner. Natürlich habe ich genau in diesem, äh, Durchgang dann nur einen Kill gemacht. Typisch. Aber ab und an ist mir auch einiges Cooles gelungen. Unter anderem auch ein ziemlich cooler, ne, zwei, drei Kills. Zwei. Mindestens zwei, aber eher drei mit der, mit dem Bogen. Das war schon ziemlich sick. Schön in der Bewegung, zack, weggepimmelt. Das war ziemlich, das war, ja, ich wusste es doch. Das war ziemlich nice. Ja, Mutanten. Mutanten haben wir hier wieder am Start. Lass mal kurz durchgucken, was wir hier an Munition haben. Okay. Ah, ja, wir gehen mal mit unserem Zahn ein bisschen ran, oder? Ein bisschen auf den Nahkampfschaden geben, ein bisschen Damage. Ein bisschen ins Gesicht kloppen. Guck mal, da geht's hoch. Müssen wir ja gar nicht mit dem Fahrstuhl fahren, kann das sein? Doch. Das führt doch nie im Leben, da wird die hoch, oder? Öh. Dude. Hier geht's voll weit nach oben. Sehr schön. Wartet mal, wartet mal. Ja, PUBG ist, ist einfach der Hammer. Es ist so ein geiles Spiel. Es ist nicht mehr normal. Wenn man einfach jedes Mal voll rein springt in die Action und dann sogar sagt, hey, wenn, wenn man tot ist, dann, was geht denn hier ab? Das ist, das ist ein bisschen krasser... Oh, okay. Wenn man tot ist, oh, na! Piper. Wenn man tot ist, dass man dann auch praktisch direkt neu startet. Also auch wenn jetzt, ne, wenn einer tot ist, der andere killt alle und dann ist praktisch erstmal Ruhe, oder dann wäre Ruhe. Dass man dann nicht großartig warten muss, sondern dass es direkt weitergeht. Also das ist, das ist echt Hammer. Ja, 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 gell? Zack. Und los geht's. Da macht das schon echt Bock. Wenn man einfach zack, 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 Runde für Runde für Runde. Also in einer Runde hatten wir, hat der R5 und ich hatte drei oder vier Kills. Da sind wir ziemlich abgegangen. Was labert der da drauf? Wodern hat der Fister? Ähm, wir haben, ja, wie gesagt, einmal Chicken Dinner geholt und ein oder zweimal die Schule komplett geräumt. Das ist schon richtig geil. Hallo. Ja, ich bin nicht da. Oh, shit. Komm mit Piper. Ach, ich hasse es an dem ich blocken. Ich was hören. Hallo, Pit. Oh mein Gott. Ich bin ja schlecht. Ich sage feige Mensch. Ich stehe vor dir mit einem, mit einem Messer. Ich weiß nicht, ob man, ob man mutiger sein kann als, oh Gott. Keine AP. Ob man mutiger sein kann als ich? Du siehst, siehst du siehst du siehst du siehst du siehst du. Kann ich gar nicht mehr, gar nicht schlagen, wenn ich, äh, Au. Jawoll, guck mal, der blutet dann auch noch, ne? Der kriegt dann die ganze Zeit Damage. Mit diesem... Hallo, mein Freund. Nein, Gott, Gott. Bam! Und? Oh, shit! Er hat einfach einen Hammer des Todes. Hör! Nein! Alter, ist der Köter... Piper, machst du gerade irgendwas? Überhaupt? Warte mal, warte mal, warte mal. Nichts da runtergefallen. Was macht er? Hat sich Piper hingelegt? Das war gar nicht. Der ist ja gerade zurückgestoßen worden von Unsichtbarkeit. Er hat eine Schrotwinde da. Ich kann nicht schnell genug schlagen. Ich würde gerne schneller schlagen mit dem Ding. Dann wäre es wohl noch deutlich verheerender. Okay. Ich glaube nicht, dass wir runter müssen. Aber ich gehe mal runter. Piper! Ja. Okay, hallo? Spielzeugauto hat er im Arsch stecken. Sehr schön. Da kommen wir in die Toilette. Und da liegt ein Verkäufer. Der arme Kerl. Ist ja ein bisschen zammelramboniert. Halt doch mal die Gorsch, du Dummkopf. Ich gebe dir gleich mal Supermuntant in deinem Face. Ist er jetzt hier durchgelaufen? Nee, er ist unter mir. Krass, ich war in den Steppen halt. Voll laut. Voll grob. Was habe ich denn gerade geworfen? Weil das nur... Oh Gott! Was passiert denn jetzt? Ich habe so ein Ding verworfen. Ich verfickte das Kind. Scheiße! Egal. Wo ist der Dummkopf? Ich schmeiße in dem Haus eine Artillerie-Smoke. Ich bin doch dumm, ey. Ich bin doch dumm. Hallo? Hier. Oh mein Gott, ist die aus der Hand gefallen? Nee. Ich dachte, weg, los. Shit. Schon was wertvolles, glaube ich, diese Smoke. Aber egal. Ich kann mich nicht erinnern, die jemals genutzt zu haben. Oh, shit. Achso, nee. Wir müssen, wie gesagt, weiter hoch. Das kann nicht sein. Hier los. Ein verbessertes Schloss. Das finde ich... Ah. Ha, ha, ha. Ihr habt übrigens geschrieben, dass es bei diesen Monitoren besser ist, wenn ich mich einfach durchklicke oder zumindest schneller geht. Ich finde es halt so cool, wenn man diese Specials macht. Aber irgendwie, ja. Klar. Boom. Oh Gott. What the fuck? Gut, ich... What the eff, David? Sash? Nichts? Los? Okay. Das war jetzt auch... Ich war jetzt ein bisschen dumm. Hallo? So. Sign. Hä? Okay, help. Ach, scheiße. Gleich habe ich es gesperrt. Fuck. Nehmen wir kurz den Scheiß hier. Oh, jawollo. Oh, jawolle... Ah, leere Milch. Milch. Oh, das habe ich jetzt aufgehoben. Klamotten von dem einen, ne? Ah, Mann. Klamotten von den Pissern. Geschafft. Sich direkt wegschmeißen. Das will ich nicht mit mir rumschleppen. Weg mit der Kacke. Hallo? Ablegen? Das stimmt eben. Das kannst du jetzt nicht ablegen. Ich glaube, es geht los. Kann und will. Was ablegen? Laut. So. Ähm. Mhm. Ja. Ja. Safe-Steuerung kann man jetzt erstmal vergessen. Oder? Der ist jetzt ja geöffnet, ne? Schloss aktivieren. Hallo. Habe ich jetzt einfach die Tür geschlossen? Ach so. Ich hätte jetzt... Ich wäre hier runtergefallen. Hätte dann den Ding knacken müssen. Alles klar. Wir sind ja hier unten praktisch in die unnötige Richtung gelaufen. Denn wir müssen hoch. Hallo. Zack, Bitch. Oh. Er frisst vielleicht etwas viel. Ja, richtig. Was? Das hat ihm nichts gemacht? Das ist halt in diesem Ding gefallen, oder was? Ja, jetzt... Oh, jetzt läuft's. Haha. Nichts davon wundet. Du bist jetzt da unten. Ist das hier irgendwo reingefallen, oder was? Oh. Ha. Ha. Psycho nehmen wir irgendwie nehmen. Boah. Was war das, Piper? Ich hab grad gedanst. Was? Ach, der fuck. Geräusch. Nom, nom, nom. Right away. Pipes. Right away. Hallo. Fuck. Bitch. Get out my way. Bitch. Get out my way. Oh, fuck. Oh, nein. Die ist mir wirklich... Ja, die ist mir ein bisschen dumm aus der Hand gefallen. Oh, Gott. Piper. Scheiße, duck dich. Jawohl, der eine ist down. Wow. Wir schnabulieren mal kurz. Ähm, Blutblatt. Fuck. Das brauchen wir doch für irgendwas. Naja. Piper, nicht blocken. Hallo, Bitch. So, wo ist der andere? Ah, da ist das Stück von dem anderen. Komm, da ist der widerliche Kopf. Voll der Chiller. Hat ein bisschen komisch rumgepackt. Der Kopf, wir können weiter nach oben. Na also. Let's go. Ah. Ja. Unglaublich, dass ich noch was aufnehme. Es ist schon ultra, ultra, ultra spät, beziehungsweise früh. Aber ich habe jetzt auch gerade erfahren, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, wie ich dachte, für mein Projekt, das ich abgeben muss, da bald fürs Studium. Das werde ich jetzt auch noch zu Ende pressen, die Tage. Und dann stelle ich es dort vor. Und sobald es abgenommen ist, kann ich es hier bei euch oder für euch hochladen. Das wird natürlich jüngste mit süß. Wobei es bitte nicht denken soll, dass ich mich da jetzt seit Jahren, dass ich da ewige Zeit nach rumgesessen habe. Und es hat schon wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil halt auch einfach die Dreharbeiten oftmals auswärts waren. Allein das Hinlaufen, Hinfahren, Hinkommen etwas gedauert hat. Aber es ist jetzt kein Meisterwerk oder so. Ich hätte es natürlich gerne, aber ich brauche einfach noch mindestens eine zweite Kamera und am besten noch eine kleinere Drohne. Ähm, und vor allem, vor allem, vor allem, brauche ich ganz, ganz dringend, wow, wartet mal, noch ein gescheites Programm. Ich bräuchte noch irgendein Programm, damit ich richtig krasse Effekte machen kann. Schade, ich hätte jetzt gerne mal runtergesprungen, weil er gefallen. Seid ihr alle da drin? Ne. Wo sind denn die alle? Über mir? Also hier ist auf jeden Fall einer. Da. Hier. Oh, hat niemanden getroffen. Einer ist unter mir, what the fuck? Ja, guck mal da. Keiner normale Super Mutant. Hier ist noch einer auf unserer Höhe. Ist wohl eben runtergekommen. Und da ist mir einer nach, oder? Ne, der ist über mir. Ah jo, die Piper kämpft. Das geht echt gut ab mit dem Zahn hier, oder? Guck mal da. Super. Oh. Oh. Die ist mir gerade voll entgegengefallen, die Piper. Die Piper. Fist, wo bist du eigentlich? Alter, Fiste. Hallo. Ja. Hua. Hup. Ah. Leg dich he. Bruder. Ah jo. Das war maximal deine hässliche Schwester. Hallo. Komm her. Haha, der war kurz verwirrt, weil er... Nein. Jetzt bin ich voll noch an seinen Kritik. Ich kann ihn wirklich hitter nicht. Oh Gott, aus dem Easy Kill. Ha. Nein. Aus dem Easy Kill wird der gerade so eine Scheiße. Was ist ein Barstet? Ich dachte, ich kriege ihn jetzt locker gelaunt, weil er nicht direkt zu mir kam. Oh, Pai. Hier. Achso. Hier kann man ja auch nicht so durchdackeln, wie bei... Wie bei PUBG. Bin grad voll im PUBG-Fieber. Wir haben jetzt... Keine Ahnung, wie lange gespielt. Ewige... Ewige Zeiten. Es gibt, wie gesagt, einige coole Aufnahmen, die ich noch zusammenschnippel dann für euch. Hier. Sack. Bitteschön. Uff. Uff. Hahaha. F... Wo sind sie hin? Pff. F... Wow. Höchst guter Wurf. Alter. Alter, ist der hinter mir? Fist, was machst du hier? Schön, dass er seine... seine Dinge nicht nimmt. Seine Minigun. Irgendwie nice, oder? Bye bye, Fist. Ich fiste dich jetzt mit dem Math. Fist er echt los. Minigun brauchen wir erstmal nicht. So, Trinity Tower Zellenschlüssel. Da bröckelt alles weg. Da ist jemand in der Zelle gefangen. Mit denen sprechen wir gleich. Wir gucken uns hier noch kurz um. Tschüss. Wir gehen jetzt hier runter. Bye bye. Ah, kann man gar nicht drücken. Komm. Hallo. Was zum Teufel machst du da drin? Bitte schön. Oh, hallo strong. Ein... ein guter... Oh. Nett. Nett. Du erhältst dauerhaft... Mit Nahkampf auf... Ja! Die haben wir auch gar nicht geskillt, ne? Wir müssten eigentlich... What the fuck? Wir müssten eigentlich unseren Ding skillen, ne? Unser Nahkampf angriffen. Weil... Dieser Zahn ja schon enorm ist. Hello. Oh fuck. Oh shit. Erstmal scheiße essen. Warte mal. Ich muss hier mal ganz kurz... Bitteschön. Bisschen weg. Muss ein bisschen weg. Bye bye. Ha! Geht's nochmal eins, Cup? Jawohl. Na also, es läuft doch bei uns strong, oder? Krass, was haben die alles dabei gehabt? So, noch ein bisschen was schnabulieren. Red Kalkanakenfleisch. Ach scheiße, das haben wir noch nicht fertig gemacht. Bye bye steak. Wir sind wieder voll. Wir haben ja jetzt auch unseren Entsafter da. Wo wir unsere Verstrahlung wegkriegen. Und schon rennt's. Tschüss, Pipey. Oh Gott, wo ist sie? Wo ist sie? Wo sind die Pipey? Da oben ist sie. Na! Pipey! Okay. Oh. Oh, hier legt's direkt, wenn ich hier runterguck. Huhuhu. So geht's un. Hallo, hallo, hallo. Nein, nein. Ein bisschen ein anderer Sack. Hier guckt. Hoppala, sorry strong. Okay. Also er wollte sie umerziehen, der Kollege hier. Was doch halt, was mach ich, was mach ich. Jetzt haben wir doch heute den Ding geskillt. Mit unserem Zahn. Ah! Bitch! Get out my way! Get out my way! Dude! Ah, versuch doch. Versuch doch, mich zu schlagen, kleiner Ballsack. Oh, jetzt ging der Schuss wieder nicht rein. Was, alle an Bord? Äh, Leute? Was haben wir denn da jetzt noch erhalten? Erhalten, der hat noch Munition? Nein, Rat, Rat, Kakerlaken. Scheiße. Bei den Pesern hab ich jetzt also. Öh, das wird wieder aufgefüllt. Sehr schön. Pipey ist wieder nicht ab dem Start. Vielleicht kommt er von oben gefallen. Also er wollte sich scheinbar kultivieren oder so, diese... Diese Dödel hier. Die sind wir nicht so ganz gelungen. Wie weit ist denn das noch? Schon ein Stück, ne? Ah, ne. Ne, wir sind gleich da. Hallo. Dankeschön. Wo, wo, wo? Da unten. Da ist wie ein Fels geschießender Kerl. Ja, das ist echt viel Handlung jetzt. Also wir haben ja einiges zu tun. Den gesamten Tower scheinbar noch leeren. Rex, das ist jetzt in Ordnung. Irgendwann ist er wieder gut, ne? Ich denke mal nicht so auf. Ah, guck mal, wo wir jetzt sind. Da, wo wir vorhin noch rumgeschlappt sind. Mit der Ding. Mit der Poiber. Lass mich mal kurz schauen. Jetzt bin ich, äh, bin doch gespannt. Was können wir hier noch mit Nahkampfschaden machen? Aber wir sind hier. Schenk dich an, deine Nahkampfwaffen verursachen 20% mehr Schaden. Da hätt ich fast Bock drauf. Einfach jetzt mal so aus dem Affekt praktisch raus. Aber das waren. So ein bisschen Leute totkloppen. Hm. Ich mach mal eins rein. Gerade wenn wir nicht so viel Munition haben, können wir so ein bisschen mehr einfach noch ausrichten mit unserer Klopperei. Hallo Piper, da bist du ja wieder. Schön, dass du da bist. Dass du uns hilfst. Alter Snitch. Was machst du? Hier ist keiner mehr. Nichts, aber was das? Hier ist einfach keine Sau mehr. Kommt die jetzt einfach runtergepirscht? Hm, sieht nicht so aus. Doch, da kommen sie. Nice. Sprich mit Rex Goodman. Rex. Rex. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Keine Ursache. Du bist ebenso gütig wie mutig. Wie auch immer. Ich bin dir sehr dankbar. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Bitte entschuldige mich jetzt. Ich sollte jetzt von diesem grässlichen Ort verschwinden. Ich kehre zu WRVR zurück und mach wieder Radio. Ja, moha. Was hab ich jetzt bekommen? Strong ist bereit, dir zu folgen. Das hab ich eben schon gesehen. Und ich hab... Milch der Menschenliebe mit Strong. Äh, jetzt nicht. Noch nicht. Ich will meine Milch behalten. Ich will meine Milch behalten. Ich will meinen Strong nicht mögen. Aha. Wo geht denn jetzt Strong hin? Okay, wartet kurz. Ich labere ihn an, nehme ihn kurz. Und schicke ihn dann weg. Ähm, Versprechen. Ja, ich halte mein Versprechen. Gut. Strong gehen mit Mensch. Mensch helfen Strong. Strong lernen Geheimnisse von Menschen. Mann. Ihr Mutanten seid aus der Nähe betrachtet... Strong sagen das gleiche über kleine Frau. Äh. Das ist true. Ähm, wir machen bei, ähm, Spectacle Island unsere Hauptgeschichte. So, und jetzt labern wir Piper an. Tja, das Institut hat eine Menge Feinde. Die Minutemen haben sich mit ihm angelegt. Ich wollte dich eigentlich nicht mehr mitnehmen. Und die Railroad tut's noch immer. Und dann sind da noch diese Emporkömmlinge. Die Stähler ne Bruderschaft. Äh, 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 äh. Was weißt du über... Weißt du noch... Fuck, fuck, fuck. Ich sollte losgehen. In Ordnung. Ich will die doch nur mitnehmen. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja, exactly. Gehen wir. Klar, gehen wir. Wird gemacht. So. Bäh, dieser Mensch weich, schwach. Überleben nicht lange. Komm schon, Großer. Ich kenne ein paar deiner Brüder, die anderer Meinung sind. Ja, so sieht es ziemlich aus. Äh, die Piper ist schon eine ziemlich krasse Bitch. Deswegen geht auch, äh, Strong nach Spectacle Island. Nach Spectacle Island. Und wir machen hier weiter. Guck mal, wir haben direkt da vorne. Halt, das haben wir eben gemacht. Wir haben direkt da vorne eine weitere Quest, die ganz close ist. Wäre natürlich sehr interessant, Jens. Einfach nur, um die abzuh... Wie das gehört? Einfach nur, um die abzuhaken. Äh... Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Hallo. Oh, komm. Scheiße. Au, au. Hier, Schütz. Ah, fuck. Ich weiß nicht, wo die Ding hingeflogen ist. Die... Granate. Äh... Was kommt denn? Ah, scheiße. So, zack. Und zack. Ha. Block, du Dragsacker, la Spinnergranate. Gib's da her. Was geht denn hier ab? Oh, die merkwürdigen Geräusche in der Stadt. Oh, das ist geil. Das Zähnchen hier ist echt geil. Ja, sehr schön, finde ich. Ich habe den ganzen Tag, äh, hier Möglichkeit, dich dort zu schlagen. Ha. Ist ihm gerade seine Waffe runtergefallen. Ähm... Hallo? Ah, schade. Ha, weg. Einfach so. Zack! Ultra, die zu hält der Bitch-Slap. Ich weiß auch nicht, warum wir uns immer wehren müssen. Oh! Alter, ich habe so... Oh, Gott. Alter, ich bin total der Portale, Mann. Total der Portale, Mann. Piper. Ist da jetzt noch jemand? Oder was ist jetzt nur du? Keine Ahnung. Na, oben soll ich was Leckeres verstecken in der Lehre. Milch. Waaah. Ich will was kochen, du altes Snitch. Was habe ich vor? Guck mal, Piper. Boom. Oh, fuck. Habe ich ganz vergessen, dass ich blocken kann. Au. Gut, wenn ich gerade mal ausholen bin, ist es schwierig, zu blocken. Ach, da ist es nicht. Oh, das ist ein Veteran. Der ist ein bisschen krass. Komm nochmal. So, sehr gut. Ach ja, kommt doch her. Ich habe ihm die Waffes an. Ich kann gerade nicht. Sag mal. Na also. So. So. So, und jetzt. Schlag. Oh Gott. Öh. Arm abgeschlagen. Pro Scheiße. Jetzt küsst ihr die Wand. Okay, komm. Ich kann mir den Kopf abschlagen. Come on. Die Gebäude. Baseballschläger. Oha, Leute. Das wird jetzt. Extreme. Ich bin nicht gerannt. Scheiße. Das war nicht so extreme irgendwie. Okay, okay. Steck den Scheiß Schläger ein, Mann. So. Extreme. Huuuuuuu. Das war echt nicht geplant, dass ich hier auf Absturz irgendwie. War das, das. It wasn't planned. It doesn't work as planned. Oh, Leute. Ich bin total der Prokur, Mann. Sind die immer noch in diesem Scheiß dauer, die Vollidioten. Wie kommt, was habe ich jetzt? Was habe ich jetzt hier von? Komme ich jetzt hier irgendwie runter? Ah, ja. Oder auch nicht. Ha, Parkour. Oh, Parkour. Cha-ching. Ultra, der Parkour-Meister. Krass. Abnormal. Was ist denn da vorne? Erkundet das Combat Zone. Warte mal. Könnte das hier auch ein bisschen abgehen, sehe ich das richtig? Das wirkt so, ne? Halte, ne, hier. Achso, ja, hier sind wir hoch. Okay, alles cool, doch nicht. Combat Zone, wo bist du? Da drüben. Fast an vorbei gerannt. Große, fette Tore. Und hier geht's rein. Okay. Ab ins Combat Zone. Bam. Abgeschlossen. Wohl kaum, wir haben ja erst betreten. Das kann ja irgendwie nicht sein. Ah. Ja, jetzt ist die Aufnahme gleich fertig. Wir machen ja schon die Thumbnail. 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 Und dann ist gut. In letzter Zeit mache ich die ja gar nicht. Ich lade die ja wirklich einfach nur noch hinunter, beziehungsweise nehme mir irgendwas. Und dann ist gut. Komm, wir hacken hier direkt mal. Hätte ich ziemlich voll an. Krass. Running. Bin durch. Na also, krass. Scheiße, ja. Und, hallo. Ich weiß nicht, was wir hier... Geh weg von mir. Ich schwöre dir, wenn ich nicht gefesselt werde. Geh rein. Die da drin kürzt... Bitch. Fuck a doodle. Sorry, you doodle. Der mich so blöd anmacht. Der wird einfach... Oh. Der wird einfach gepimmelt. Der wird einfach mit dem Zahn hier kaputt gepimmelt. Was anderes... Was anderes darf nicht passieren. Okay. Höchst profi-behafteter Einbrecher hier. Am Start. Oh, naja. Ja. Ja. Warum muss da immer eine scheiß Pistol drin sein? Okay. Tommy's rule number one. No fighting outside the cage. Tommy's rule number two. No caps. No entry. Tommy's rule number three. No begging. No loitering. Okay, guys. Das hört sich ultra voll an. Da geht es bestimmt richtig, richtig ab. Das ist natürlich optimal, na? Für die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.